so wieso kratzte sich ständig am arsch waschen hilft mein freund wir haben hier unsere unsere nach sache unsere entlassungspapiere und hier die fristlose kündigung von dem kleinen der uns vor unserer zelle stand und jetzt hört doch mal auf dich zu kratzen mann ja die frage ist jetzt der typ da hier diese diese notar oder was es ist der will sie mir nicht unterschreiben und der einzige der noch einen stift hat ist er hier kann ich ihm die in die hand drücken funktioniert das hmm wilfred do you think i can ask another favor of you oh of course you can for you on one you need only ask well this letter it's my fault this guard is going to lose his job see and i thought since you have that pencil oh i see i see and a direct order from the devil too so who shall i change it to then change to no no i was thinking more like this troll should now get much more money for his job and be treated more nicely something like that's right sorry i know what we can do let old wilfred see the letter was macht er welfred i know this means i'll be able to pass him but but then he you are very brave young one but you need all the help you can get especially with him i really don't like this but you might be right thanks wilfred immer gerne immer gerne immer gerne danke lieber wilfred so jetzt wo müssen wir jetzt hin zu den käfigen abstehe ich bring die mal zu dem zu dem notar oder schauen wir mal this is from head office seemed important so i thought i'd take it to you myself hmm indeed it does leave it with me i'll get right on it okay dann ja gehen wir mal zurück oh wow he's been moved already that was fast das ging jetzt wirklich schnell ach quatsch das ist gelaber so wir machen mal die tür auf mal gucken wer da drin ist kann es wirklich sein ist es du anna äh ja hallo sir ich habe dich gefunden wie du gesagt ich bin sorry es mir so lange dauert es mir so lange aber nein du hast du so gut getan hast du so gut getan hast du so gut komm in komm her äh hallo 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 nicht ohne komisch ja sowieso hallo 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 jr Ich habe viel zu erzählen. Ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Alas, sie fooled us both. Now we must regain our strength. As for the cure, I do know of it. But it comes at a great cost. Das ist gut. Can you tell me what you know of the devil? It's some kind of riddle. He has many guises, you see. But few have looked upon his hideous true self. Ah, I see. Wait, hideous? A man I once met, he saw it. He was a thief who broke into a great and wealthy mansion. He then hid in a cupboard until the midnight hour. Just before the time for the theft was right, he saw it through the keyhole. A sight most horrifying. An indescribable beast, gorging itself on unidentifiable hunks of meat. This thief, he shook with fear. Be cautious, dear child. He got some blood. A sight most horrifying, Mr. Wizard. I will. Oh, yeah. Ben. Ben. I found him in Winfriede's tower, he escaped with me, but... Ben. Yes. Ben. I sense your friend is close to Winfriede. However, fear not, for he seems well. Das klingt gut. Where did it come from? I don't know, but one thing is certain. It was summoned by powerful magic. To sustain such a spell, the Spellbinder would need to focus day and night. Whoever it was, they obviously cared deeply for your friend. Okay, well, that's good. As long as they keep it up, then... Ben will be fine. I do not doubt it. Ehm... Das haben wir doch. Ja, das haben wir doch. Ich hab nur die drei aus zur Auswahl. Warte. Okay, das ist neu anscheinend. Ich habe die Königin gesehen. Und dann... In der Türkei, ich fühle mich Winfriede. Ich fühle mich eine Gefahr in ihr. In der Macht sie von euch auszuladen. Und in der intensiven desire sie für eine größere Macht. Oder noch so. So... Du meinst... Die Königin? Ich wünsche mir, dass es Winfriede war. Ich weiß dass es Winfriede war. Ich bin nicht, dass sie die neue Königin in ihrem Ort ist. Aber es würde wohl sein, dass du, Anna, war ein Teil der Anahein, einer essentiellte Teil dieser Plan. Und so, sie hat ein Kürz auf deine Tante, sie hat den opa nur krank gemacht um mich rauszulocken okay und so winfriede muss be destroyed wait no 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 i know she's evil i know she's done bad things terrible things but no there is but one in all the land who can overcome such powerful magic but try as i might winfriede has done well to keep her hid you mean the queen queen janica so so if i find her yes my dear but no the chances of finding janica a slim you must realize failing to find the queen will leave you with little choice this power of mine what winfriede has done all this for what is it why do i have it a boy in funterhorn hansel he told me grandpa has it too that he was a hero oh yes he most certainly was a great and honorable man your grandfather he used it in fascinating ways extraordinary ways he he sensed things in people saw right through to their hearts their emotions even their memories he could help people in ways that they could never imagine that's incredible so i wonder if he could then maybe but i don't understand why wouldn't he have told me about it but i don't understand why wouldn't he have told me about it yes not all took so kindly to such rare talents and your grandfather fearing the consequences of his own ability fled there was talk that he had started a family as an honest farmer so people let him be everyone but winfriede well it's time to get us out of here then i guess thank you mr wizard it is my pleasure the best of luck to you my dear girl i keep thinking though what if what if what if i can't solve these riddles what if i don't find queen yanika dear child listen to me and listen well you must see how strong you already are how well you've got through the world young and alone as you are you cannot receive any power from me greater than that you now have the power which consists of your own purity and innocence of heart you think i can do it you think i can convince the devil to let us free the devil he is indeed a master trickster my dear but he is no match for you and also winfriede without yanika do i really have to i'm afraid so dear girl you must find a way to make her undo her evil work otherwise you will have to destroy her i see thank you mr wizard for everything mr wizard a good old dirty dungeon grade mattress who knows what bugs are in there i have my share of mattress inspecting for the day i think a lot of jumble i don't really understand numbers and calculations and math stuff oh yes just my curiosity exploring probabilities and such pay them no mind in the end it's only guesswork there's only so much i can see from inside these walls sadly this is the hole to myself okay for this i might never have met the wizard thanks hall danke schön loch so was haben wir hier toilette erst mal ordentlich ein abseilen since never gleich ugh big greasy piles of who knows what meat dann schlägt man aber auch sein oder excuse me do you mind if i take just a little of your uh dinner oh good gracious please take them take them all i am a vegetarian you see ach du meine güte and seem to understand that concept particularly well i think one will do for now fleisch fleisch und teufel kriegen wir den dazu das ding zu essen so das war's gar hier ist nur noch mal gravur ja das testen wir doch gleich mal äh nee andere richtung sorry äh tor in der villa hab ich hier ne möglichkeit irgendwie ich müsste durchs fenster gucken können gell oder kann ich hier ja just like the wizard story spied through the light of the keyhole the devil eating let's see what we can see hmm 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 er sitzt da nur in seinem stühlchen vorm feuer hmm well es ist sicher ein schönes weg von ihm aber ohne dass die antwort zu sein riddle ist dass er durch das feuer und relax ist nicht sehe ich mich nicht Ja, dann drücken wir ihm nochmal die Keule in die Hand, würde ich sagen. Hallo? Mr. Devil? Mr. Devil? Äh, das hier? Das Riddle über dich zu wissen. Na, es ist eine Sache, die ich über dich gelernt habe, zumindest. Kann ich dich in diesem süßlichen Stück von grüßem Lack-Meat hier interessieren? Yummo! Hm, lasse es hier und bleibe mit dir, jetzt. Zurück später, ich habe... ...Business, die zu betrachten. Business? Aber, hey, habe ich nicht einen von den Riddle geschlossen? Klipp, aber nicht klipp genug, ich bin afraid. Bleibe mit! Hm, wie verrückt. Wie soll ich ihn sehen, wenn er mich so ausfügt, wenn er mich so ausfügt? Aha, genau wie die Wieser-Storie. Ja, das kennen wir doch schon. Ich glaube, ich sehe etwas dieses Mal. Es ist etwas, das ist... ...different. Ja, das ist doch gut, dann guck halt. Hm. Uuuuuh. Zeig mir dein wahres Gesicht. Errungenschaft freigeschaltet. Yay! Ich weiß ihn, jetzt. Ich... 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 ...different. Ich weiß, die devil, after all. Und jetzt bin ich ein step closer zu saving mein Grandpa wieder. Nein. Ausgeliehen habe ich sie. Du sagst mir, dass ich dir die Papers bringe. Und das ist was ich getan habe. Impressiv. Auch wenn ich so viel sagen kann. Du hast doch gut gemacht. Verarscht. Ich habe den Meister der Tricks verarscht. Du hast mich noch nicht verarscht, ob du es vergessen hast. Hey, du sagst, ein Deal ist ein Deal. Du sagst, du lässt mich gehen. Oh? Ich bin nicht sicher, dass ich mich erinnere, dass du gesagt hast, dass deine unbekannte Innoissance negativ wurde. Ja, super. Ja, super. Gut, gut. Proceed. Ja, ja. gut. 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 Ich dachte, ich lasse Grandpa, aber jetzt weiß ich, es ist schade, dass ich mich entschuldig fühle, was passiert ist. Ich... Ich werde niemals auf ihn geben. Nicht jetzt, nicht immer. Alles, was ich nie getan habe, ist, zu helfen. Ich habe nichts falsch gemacht. Hey, 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 hey! Ausgetauscht und zurückgebracht. Ich versuchte, um zu schützen Grandpa, aber ich habe zu helfen, um die Leute zu helfen, wo ich konnte. Ich habe die Witche zu helfen, um Ben und Hansel zu helfen, und ich würde das wiederholen, wenn es um sie zu schützen. Du musst mich gehen, weil ich... Ich habe zu stoppen Winfriede. Sie ist eine Trickster. Eine Schade, mit schade, 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 schade. Vielleicht, aber eine Frau zu sein, aber eine Frau zu sein, und eine du versucht, zu retten. Ja. Nichtsdestotrisch, sie verurteilt hat, aber sie verurteilt hat. Ich habe dich geist, aber sie verurteilt hat. Sie haben nicht etwas zu vertrauen, was du? Nein. Sie sind falsch. Ich... Ich habe die Leute in sie. Das ist die ganze Zeit. leading ganz schön what do en ups he hid you from it, protected you but now you've seen it and now you know sometimes, sometimes even Grandpa isn't right about everything the world isn't mean it's not selfish or vain it's big and broad and full of different interesting people Die Welt ist gut. Es ist nur, dass... ...sometimes... ...sometimes... ...that gut ist vergessen. So all die Leute brauchen ist ein bisschen faith in sie. No matter how bad sie sind, ...we müssen sie nur für sie suchen. Und Winfrieda? You know what... Winfrieda? Yes, even Winfrieda. Wenn ich immer wollte, dass sie sie verhörte Grandpa's curse haben, ...dann ich muss es glauben. Anna, du sagst du hast andere Sachen. ...to add to these release papers. Wait. Really? Really? Yes, yes. Let me see. The Wizard of Wunderhorn. The Gardener. The Mama Bear, Papa Bear, and the Baby Bear. Ah, yes. The Man in the Gallows. I'm not sure what his name is, but he's still down there. So be it. You and your friends. You all have your freedom. But heed my warning. You cannot defeat Winfrieda. It is not in you to do so. And she will overpower you without hesitation. You walk out of this dungeon to your own assured demise. I... I have to. Trafen wir schon. I have to try. ... ... ... ...